Hallo liebe Drei-Blac-Bruno-Fans! Die DTM-Saison 2014 läuft schon auf Hoch-Touren. Mein Blackbeast und ich geben bei jedem Rennen alles. Und auch Drei-Blac-Bruno startet wieder bald. Ihr wollt am Sachsenring und in Hockenheim mit mir einen kompletten Tag verbringen? Motorsport hautnah erleben, in Formel BMW selbst fahren und gemeinsam mit mir auf der Rennstrecke fahren? Registriert euch am besten auf www.drei-flac-bruno.de. Ich freue mich ganz riesig auf euch. Wir sehen uns bei Drei-Blac-Bruno! Drei-Blac-Bruno-Fans